what the fuck warum ist das nicht ausgegangen what the fuck ist das joe leute herzlich willkommen zu einem neuen projekt auf rocker die mit mir und chris diesmal mit webcam und zwar der grund ist ein horrorspiel ja noch nie auf rocker die gewesen also wir haben noch nie ein horrorspiel gespielt irgendwie deshalb mit webcam und ich hoffe das klappt jetzt alles von der aufnahme her dieses spiel heißt anna extenet edition also das ist eine spezielle version des spiels und ich muss ehrlich sagen ich habe schon eben ein bisschen ausprobiert wie das so alles funktioniert also die ersten fünf minuten spielte schon aber ist ja nicht so schlimm ich gehe jetzt einfach mal auf neues spiel und hoffe dass das spiel gut sein wird ich habe echt ich habe keine ahnung was mich hier erwarten wird okay wir sonst das doch mal durch so und da sind wir auch schon im spiel es ist ein haus das ständig mit einem eilträumen erscheint okay kein zweifel ich könnte seine risse aufzählen wie ich überhaupt hier gelandet nie geendet okay fühle mich als ob ich in trance gehe alles klar aber ich bin mittlerweile außerhalb der tore es verwirrt mich das spiel so und zwar muss man am anfang ja irgendwie in das haus reinkommen und ich habe schon wieder vergessen wie das geht es ist so kompliziert das spiel auf jeden fall kann man hier ein bisschen rumlaufen kann sich alles so ein bisschen angucken hier im bach das wasser ist kristallklar man möchte es fast trinken und man muss irgendwie jetzt sind diese haut hier reinkommen und ich habe es immer noch nicht kapiert wie das gehen soll ich habe keine ahnung was hier machen muss hier liegen überall irgendwelche sachen rum und dann muss das irgendwie funktionieren hier liegt noch ein stein und kann man auch ein nein okay ist noch eine tür das spiel ist so komplizierter hier liegt auf jeden fall man stock das ist schon mal ein bisschen mehr als steine das ist hier ein steinhaufen war also leute ich habe echt keinen plan von dem spiel ich weiß nur dass ich hier irgendwelche sachen aufsammeln kann das bringt mir sehr viel flacher kiesel stellen okay die können auf jeden fall schon mal bewegen und da haben wir irgendwas bekommen inventor ist hier können wir alle unsere sachen angucken was wir so alles haben wir haben einmal uns selber feuerzeug messer ihre feldflasche und so ein zeugs handy sogar auch okay nice ja ich habe immer noch kein plan wie ich da reinkommen soll hier ist auf jeden fall ein knopf vielleicht erstmal betätigen bevor ich etwas sage nein okay lässt sich aber vielleicht reparieren toll und wie hier ist noch ein steinhaufen kann man auch irgendwas machen also man kann auf jeden fall ziemlich viel machen ich habe jetzt auch diese flasche und ich mache sie jetzt mit wasser voll das kann man schon mal machen aber sonst habe ich keine ahnung was ist das hier eigentlich irgendwas kann ich machen ich habe doch das messer okay vielleicht wird das was bringen oder stand gerade dass ich das zerschneiden kann ja ich habe es verschnitten okay ja toll was soll ich jetzt machen habe ich schon irgendwas keine ahnung alter nein hat man so viel sachen im inventar jetzt schon nein ich will gar nichts so mit bloßen was mit bloßen händen kann man das nicht kann ich da nichts ausrichten okay ja super was haben wir denn so mit dem stein vielleicht nee what the fuck trockener zweig trockener zweig sieht sehr robust aus okay dunkler winkel ich sehe nichts ich muss irgendwie lichter machen ja okay okay das ist jetzt easy das feuerzeug einfach mal anmachen nein das weiß ich ein seltsamer mechanismus okay einige teilen scheinen zu fehlen super aber wir hatten doch eben irgendwas bekommen wo ist das inventory schmustiger gegenstand okay ich weiß was zu tun ist ja toll war mega schwer es ist so eine mischung aus horrorspiel und rätsel ja stimmt so jetzt habe ich ein zahnrad und kann ich das jetzt einbauen oder was null hä hier geht ja auch noch ein weg hoch das habe ich gar nicht gesehen ja auch verschlossen super was soll ich jetzt machen was ist das hier eigentlich eine perfekte schnitzerei ein einfaches werk aber trotzdem sehr künstlerisch gemacht okay da ist irgendwas drinnen kann ich das irgendwie kaputt machen ach ja ey wieso bin ich da nicht gleich drauf gekommen okay das wie ich komme da nicht dran okay ich habe keine ahnung ja ach ey das ist so leicht eigentlich aber irgendwie kommt man nicht auf das hier einfachsten sachen so und jetzt okay ich weiß schon was wir haben ja eben dasselbe kommen easy locker okay jetzt weiß ich was ich machen muss ja irgendwie muss ich das verbinden das ist ja logisch weil wir eben dasselbe bekommen haben ja okay jetzt kann ich das wahrscheinlich auch da einsetzen ja da muss man erst mal drauf kommen ey ja und jetzt kann ich da rein oder was kann ich da jetzt schon rein will ich das überhaupt will ich das überhaupt oh fuck ich habe ich habe Angst ach du scheiße alle kerzen und die lampe werden angezündet wurden angezündet hä lebt hier noch jemand ich hoffe nicht ach du scheiße jetzt kann man hier alles angucken oder was ist es eine vase mit ein paar blumen drin ja super sehe ich auch aber wenn man jetzt hier alles angucken kann ne denn mal hab ich jetzt schon keine bock mehr also irgendwie speichert der die ganze zeit ich weiß auch nicht warum eine walter was okay eine alte wasser strahlsäge was das denn leider ist sie kaputt brennender ofen warum brennt der überhaupt warum kam da gerade eine stimme oh shit ich glaube ich bereue es das hier mit webcam aufzunehmen Tür zum lager kann man die öffnen oh scheiße die muss ich so aufmachen ich habe so shit alter wie mache ich die denn auf wie geht das hä ok ich kann sie nicht öffnen keine ahnung was damit ist auf jeden fall ist hier noch eine tür ob ich da rein will das weiß ich nicht ich brauche eine tür ah die kann ich öffnen was ist das hier weiche wurzeln alles klar was stand da was stand da eine gleichmäßige rechteckige aufwildung what in der mitte ist ein sehr kleines Loch durch das ein schwacher lichtstrahl scheint wasser wasserfütze ok hier kommen irgendwie regen rein sag mir was fürchtest du alter junge woher kommt die stimme was das hier rad was aktiviert ich weiß nicht ob das gut war woher kommt das licht alter what the fuck soll ich das jetzt nochmal aktivieren damit das hochkommt kommt ok da kam gar nichts shit ich weiß nicht ob ich da reingehen kann ne da kann ich nicht reingehen ich weiß nicht ob ich jetzt nochmal zurückgehen soll shit alter macht die Tür zu holy fuck alter dieses Spiel boah alter ich hab die ganze Zeit das Gefühl dass irgendwer hinter mir steht oder so kann ich das denn jetzt aufmachen wie mach ich das denn auf die ist zu auf jeden Fall Tür ach hier ist auch noch ne Tür ist es abgeschlossen ok 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 ich komme hier schon nicht mehr auf das Spiel klar ich weiß nicht was ich machen soll sogar Lampe ah ich habe was gefunden auf jeden Fall schon mal was kann ich da jetzt mit machen eben den tory ok ok vielleicht kann ich hier irgendwie was anzünden oder so oh jetzt ist die Tür wieder zu ey ja denn halt nicht aber was soll ich hier bitte ich hab von draußen auf jeden Fall das Wasser mitgenommen vielleicht soll ich das da reinschütten oder so ne das geht auch nicht hm also die Lampe kann ich irgendwie nicht benutzen vielleicht brauche ich die später noch Messer hab ich da gerade irgendeinen Atem gehört von irgendwas what the fuck das Spiel ist so psycho ey Messer vielleicht kann ich damit irgendwas machen vielleicht kann ich die auch anzünden okay ich brauche was größeres als mein Messer aber liegt hier auch irgendwo was kann das Seil mitnehmen ne hm liegt hier irgendwie ein großes Messer oder so oder kann ich die Kettensäge mitnehmen ne kann ich nicht hier wird schon kein Plan mehr was ich machen soll im ersten Part alles klar oh hier liegt auch noch was scharfes Teil ich muss etwas dagegen schlagen aber mit was hab ich irgendwas der Stock ist glaube ich zu ne das bringt nichts würde ganz bestimmt nix bringen ne aber was hab ich noch Messer auch nicht anzünden kann ich auch nicht ne hä Lampe ne what the fuck Leute irgendwo muss hier was liegen womit ich das kaputt machen kann was liegt hier noch liegt hier aber auch irgendwie nix 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 was ich irgendwie dafür geboren ah ok warte damit kann ich mich nicht bewegen aber vielleicht liegt irgendwas unter oder so alter da da liegt irgendwas was ist das das hab ich grad aufgehoben mit mit da ist das auf jeden Fall nicht oder was ist Notizen keine Ahnung was das grad war ich finde hier nichts hier ist nichts kann man das öffnen ne kann man auch nicht ist das hier Pizza Behälter oder so warum ist ja eigentlich Blut egal ah ok kann ich auch nicht mitnehmen hä wofür habe ich die Lampe und wofür ist der Rest hier muss doch irgendwo was liegen womit ich den Tisch kaputt machen kann oder an der Wand oder so was ist das hier eigentlich alter ich hab jetzt schon keinen Plan mehr von dem Spiel what the fuck warum ist das nicht ausgegangen what the fuck ist das lol was war das holy shit what the fuck what the fuck ich mach jetzt schnell die Tür zu ey da kam auf einmal irgendwas komisches auf mich zu aber ohne Ton Gott sei Dank hätte ich mich wahrscheinlich mega erschrocken was ich hab irgendwas weinen gehört holy shit ich würd sagen das reicht erstmal für diesen Part und wir sehen uns das nächste Mal hier bei Anna Extended Edition Leute was war das alter ich hab keinen Plan wie es weiter geht ich würd sagen bis zum nächsten Part dann hopp mal rein bis dann ciao Leute die 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 Untertitelung des ZDF, 2020